Hey, ich muss dir was erzählen. Was? Ich hab was angeseht. Also, ich hab mir gedacht, der beste Platz ist vorne am Parkplatz. Da ist Schattig. Da hab ich angeseht und da ist nix gewachsen. Und dann... Nein, 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 jetzt warte mal. Und dann hab ich mir gedacht, also wenn ich eine Karotte wäre, dann würde ich gern bei den Rosen wohnen. Dann hab ich alles zu den Rosen gestreut. Aber es wurde überhaupt nix. Nein, und dann hab ich's auf die Wiese gestreut, weil ich mir dachte, Wiese ist super. Dann sind die Vögel gekommen und haben mir alles weggefressen. Und jetzt, und jetzt, schau dir das an. Jetzt ist alles gewachsen. Ich hab's ins Hochbeet gestreut. Bin ich nicht super? Ich glaub, die Samen vorhin, die waren verdorben. Xaver. Jetzt füll... Der hat doch Wachstöning zu am Parkplatz. Da ist keine Erde dabei. Oh. Und ja, ich dachte mir schon, bei den Donnern und bei den Rosen war es auch etwas finster. Aber hier ist es genau richtig. Schau mal. Jetzt hol mal einen raus. Wow. Voll cool. Schaut euch das an. Die verspeisen wir jetzt. Ja. Verspeisen wir jetzt. In der Kinderkirche geht's genau um Karotten. Glaub ich halt. Oder Samen. Oder Acker. Ich weiß nicht mehr. Lasst euch überraschen. Tschö. Schaus sie. Schau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020